Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Krypto-Update-Video. Bitcoin hat seine Korrektur hingelegt, genauso wie wir es im Endeffekt gestern im Video besprochen haben. Wir haben das Ziellevel abgearbeitet, wir sind oben am Widerstand rejected worden. Sehen wir jetzt den nächsten Pump oder wird unser Support wieder gebrochen? Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video erst einmal genauer anschauen. Außerdem, wie wir mit unseren Trades fortfahren. Wir sind ja extra gestern bei Ethereum nicht nochmal long neu reingegangen, beziehungsweise nicht nochmal verdoppelt. Auch dazu werde ich dann gleich nochmal was sagen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne schon mal ein Like da, abonniere den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signal-Kopp reinscheuen, wenn es denn laden würde. So, perfekt. Kommt da gerne rein. Der Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, dort kriegt ihr Trade-Updates, alles mögliche, was es an News gibt. Link in der Videobeschreibung und weiterhin gibt es natürlich die BingX-Einzahlungsaktion. Wenn ihr 100 USDT als neuer User dort einzahlt, kriegt ihr 50 USDT an Free-Trades. Und es gibt auch momentan eine coole Aktion, wo ihr ein iPhone gewinnen könnt. Und auch dazu sind die Links unten in der Videobeschreibung. Gilt für neue, aber auch für aktuelle Nutzer, je nachdem, wie viel Handelsvolumen erreicht wird. So, und damit würde ich aber sagen, gehen wir jetzt rein in die Analyse. Wie gesagt, gestern sind wir in der Spitze nochmal auf 28.568 hochgeballert. Von dort aus haben wir ja darüber gesprochen, dass da oben erst einmal massiver Widerstand auf uns wartet. Und genau diesen Widerstand konnten wir nicht überwinden. Egal, wie viel Volumen wir hatten, wir sehen es hier auf dem 1-Stunden-Timeframe. Wir hatten dann diese kleine Bearish-Divergence, die aber sehr gefährlich war. Und das war der Grund, warum ich dann gesagt habe, nee, wir machen keinen Short mehr hier rein, weil das Risiko mir hier ehrlich gesagt ein bisschen zu groß war. Dass wir hier diesen Pump nochmal höher machen, war klar. Einfach um die Liquidität darüber nochmal abzufischen. Aber danach seht ihr auch auf dem 1-Stunden-Timeframe, okay, die Kerze hat drüber geschlossen und erst die darauffolgende hat dann darunter geschlossen. Und das ist eben so dieser Zwiespalt gestern gewesen. Das war mir zu risikoreich, aber im Endeffekt zählt es, dass wir unten unsere Box abgeholt haben. Erst einmal der kurzfristige Weg. Also, wie gesagt, wir haben gestern darüber gesprochen, das ist so der längerfristige Weg, dass wir jetzt hier aus dieser Supportbox, die Ineffizienz wurde noch nicht ganz gefüllt. Das heißt, kurzfristig mache ich das jetzt mal ganz kurz weg. Und dass es hier nochmal möglich ist, dass wir zumindest nochmal so einen kleinen doppelten Boden kriegen. Und dann möglicherweise hier Richtung 28.000 US-Dollar erst einmal pumpen. Warum bis 28.000 US-Dollar? Auch das werde ich jetzt gerade nochmal aufzeigen. Wir ziehen hierfür einfach das FIP-Level von unserem letzten Pump zu unserem Tief. Und da sehen wir, okay, das Golden Pocket liegt hier genau bei 28.075 bis 28.117. Würde ich mir jetzt aber nicht ganz drauf verlassen, weil wie gesagt, wir haben ja auch noch eine ganz, ganz kleine Ineffizienz in Richtung 0.786er. Also das ist so dieser Trendwende-Bereich, der auf jeden Fall jetzt im Laufe des Tages möglich ist. Heißt, möglicher doppelter Boden, nochmal die Ineffizienz hier unten bis 27.191 komplett füllen und dann nach oben ins Golden Pocket den ja entweder Trend fortsetzen oder einen Trendbruch vollziehen. Das wird sich dann im Endeffekt zeigen. Wie gesagt, sollten wir drüber kommen, sehe ich hier auf jeden Fall nochmal eine Möglichkeit, mindestens hier die Region um 28.500 bis 28.800 oder sogar 29.400 US-Dollar anzulaufen. Das wäre die bullische Variante. Wie gesagt, das bearische würde dann da liegen. Wir kriegen bei 28k die Rejection rein und kriegen dann einen Abverkauf in Richtung 25.000 bis 25.600 US-Dollar. Das ist so jetzt mal der Plan für den laufenden heutigen Tag. News-technisch steht, glaube ich, so viel ich jetzt gesehen habe, erst einmal nichts an. Es gibt wieder irgendwas auf Twitter mit Satoshi Nakamoto, gebt da einfach nichts drauf. Es ist, glaube ich, schon bestätigt, dass das von irgendjemandem einfach so genannt wurde. Also da würde ich jetzt erstmal nicht so viel drauf verwetten. Aber grundsätzlich, wie gesagt, die 28k werden es meiner Meinung nach heute entscheiden, wo die Reise hingehen wird. Brechen wir, sind wir auf jeden Fall bullish, werden wir hier rejected. Gehe ich stark davon aus, dass wir dann ein tieferes Hoch gebildet haben, um dann weiter abzuverkaufen. So, gehen wir momentan zu meinem Lieblings-Trade und das ist Ethereum. Hier hatten wir gestern richtig Schwein gehabt. Also, wir hatten gestern, im Video habe ich ja gesagt, okay, wir nehmen Take Profit 1. Ich habe es dann, glaube ich, gestern auf jeden Fall vor dem Video, genau, hier. Wir nehmen den ersten Take Profit, dann habe ich es nochmal in der Gruppe gepostet. Daraufhin habe ich gesagt, oder nochmal abends ganz kurz ein Update gemacht, wo Bitcoin dann abverkauft wurde. Wir werden Ethereum nicht verdoppeln. Hat einfach den Aspekt gehabt, Bitcoin war einfach noch nicht so weit, Bitcoin hat die Ineffizienz noch nicht gefüllt. Das heißt, wir müssen bei Ethereum dann auch nochmal damit rechnen, dass es tiefer ging. Und genau das ist passiert. Unser Entry ist momentan bei 1.632 und wir sind in der Spitze auf 1.636 gefallen. Doppelten Boden haben wir hier schon gebildet, gefällt mir aber momentan nicht so wirklich. Also, auch hier würde ich sagen, auf einen 1-Stunden-Time-Firm wäre es ganz gut, wenn wir einfach hier nochmal zumindest runterkommen. Die ganze Chartstruktur erstmal uns dann angucken und von hier aus dann neuen Anlauf nach oben hin starten. Also, die Verdopplung wieder auf Ursprungsposition ist auf jeden Fall angedacht. Nur jetzt momentan ist mir das alles noch ein bisschen zu heikel. Wir haben ja auch keine Eile. Wir haben im Endeffekt schon drei Take-Profits genommen. Das heißt, wir können das alles hier gelassen uns angucken, wie es weitergeht. Aber dieses Support hier unten hat auch erstmal perfekt gehalten. Und was ist das Ziel? Ziel, auch hier schauen wir uns mal ganz kurz das GP an, liegt bei 1.707. Das heißt, sollten wir die Position hier unten nochmal verdoppeln, wäre auf jeden Fall hier das 0,5er. Wäre mein persönlicher erster Take-Profit bei 1.693. Und dann ganz genau die Situation hier oben am Golden Pocket abwarten. Würde dann mit BTC auf jeden Fall übereinstimmen. Und dann im Endeffekt gleiche Analyse wie bei Bitcoin. Entweder wir brettern weiter hoch in Richtung 1.780 US-Dollar. Aber bei Binance und anderen Börsen waren wir zufälligerweise schon da oben. Also es wäre nicht verkehrt, hier einfach nochmal diesen Zielbereich übergeordnet anzulaufen. Ansonsten gleiches Spiel. Rejection am Golden Pocket, beziehungsweise maximal 0,786er. Und dann eben Abverkauf in tiefer Region vielleicht von 1.568, wo unser ursprünglicher Entry hier unten dann war. Das schauen wir uns auf jeden Fall an jetzt im Laufe des Tages. Wie gesagt, sollte es noch irgendwelche Updates geben, werde ich das auf jeden Fall in der Telegram-Gruppe kundtun. Kommt da gerne rein, wie gesagt. Und ansonsten war es das von meiner Seite für heute. Gerne mal eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Was denkt ihr? Bullischer Tag, bearischer Tag? War das alles gestern nur ein Fake-Move für eine mögliche Fake-Woche? Man muss dazu sagen, September war das erste Mal seit sieben Jahren Bullisch. Man geht davon aus, Oktober wird auch mega Bullisch. Vielleicht passiert genau das Gegenteil. Gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns sehr wahrscheinlich dann erst morgen wieder. Aber dann auch wahrscheinlich erst nachmittags. Und ja, dann war es das von mir. Wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.